Na das wird interessant. Soundbuck, Ulleh. HAURA! Das wäre so bis 4. Achso, guck mal hier die Weltstufe an, Alter. Oh ja, sorry Freunde, das muss ich mal kurz umstellen. Ey, dass sich der Cursor so langsam durch das Menü bewegt. Da kriegst du... kriegst du Aggression, ohne Scheiß. Wo geht's denn rein in den Puff? Keine Ahnung, das ist eine Einstellung ganz ui, hier ist die Flacke. Schön, dass wir die Uhr mitnehmen können. Komm, rüst noch mal auf. Ne? Wer? Du. Ja, rechts, schon noch mal eine Mission, ja. Naja, die ist für uns hiermit gemeint, oder? Die machen wir leider am Anschluss, das ist der Historiker. So, äh... Findet die Kreator und den Dünen. Was machen wir noch? Schick. Nettle. Nettle. Durchquere das Nest. Nettle. 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 Uah, was? Alter. Ey, Alter. Ey, Alter. Ein Angriff und ich bin fast tot. Die Vögel waren am Anfang auch und ich so stressig. Ne, Mann. What the fuck? Kann ich nicht heilen? Ja! Das ist ja so crazy, Alter! Vielleicht wollen wir jetzt mit der Dings durchsinnen, mit der Main-Story, aber ne, ne, oder? Ich wechsel dich mal, Alter. Du kannst doch? Einer ist hier denn oben, Alter! Dich kann nicht helfen, Alter! Woh, WTF? Was machen die von Damage, Mann? Den anderen... ...ich... 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 ...ich kann nicht helfen, Alter! Ich... ...ich... ...denn Hammer, komm! Duuut! Duuut! Wir tun's bisschen, aber ja, meine Tarte, ja. Ruyaa! Oh was? Wie... Du siehst den der Camm, Leut? Ich mach ja gar nichts! Was wollt ihr denn meinen, wenn ich die unten unten... Oh, echt schön. Das schmeckt euch. Ich hab eh ne Vogel da gar nicht. Eih, was kommt denn hier noch angelaufen? Oh, oh, ne Alter, die Welt fehlt. Alter, ich bin ja grad gar nicht mehr durch. Ich schieße auf alles, was ich bewege. Ich bin nicht auf den nach vorne. Diese Vogel ist gleich kaputt. Ich bin dauernd, dicker, krank. Machst du nix? Ich würde doch noch nicht abräumen, ne? Kann ich quasi losen. Was haben wir denn hier noch alles, Alter? Der Vater ist einmal in jokin mit mir. Das ist wunderschön. asına undonne. Juh,recih angle. Kommt ihr noch mehr so viel Zeug? Ja. Und noch mehr und noch mehr, alter. Krass, wie viel du tankst, alter. Naja, für jeden, den ich hier wegkugel, krieg ich halt so live, ne? Kommst du bohne aus der Ecke raus, ne? Langsam wird's enge, alter. Und es kommt noch mehr, alter. Ich kann nicht, ich komme nicht mehr dazu, ob die scheiß Vögel zu schießen ist, ne? Ja, aber von den anderen Schmutzzeug kommt halt immer mehr. Boah! Hohohohoho. Scheiße. Alter, wie viel. Alter, ist sie ja mal gut irgendwann Oh Mensch, Leute Okay Loll, wieso lebst du nicht, oder? Ja, weil die Gegner down sind wahrscheinlich Ich hab die falschen Perks drauf, Alter Die Waffe sieht gut aus, Alter, bei dir Ja, die ist aber scheiße, Alter Die schießt so langsam Die macht zwar über 2000 Damage, aber Toll Oh, ey, ohne Scheiß Das waren keine... Irgendwenn das riesen Vieh jetzt noch seine Freunde mit holt Ich hab halt gerade keine Waffe, die mich hoch halt Das fuckt mich bald ab Das Nest, na geil, das ist fliegen, das Vieh Ich will jetzt nicht wissen, dass ein riesen Starrhaufen ist da, als er geflogen kommt Oh, links ist eine Muni-Kiste hier, da wird er die Welt fehlen Töter, hau raus Da unten ist er, oder? Nee Nee, riesen Viecher, Alter Und bestimmt noch irgendwas Fliegendes, denke ich Na, eigentlich schon, weil es ein Nest ist, oder? Ja Rechts oder links Nee, da hau raus Ist er, ist er dort Ja Geh mal so aus der Muni-Kiste, lass die mal kommen, ja 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 Was ist denn das Rast ist hier, wenn es euch bewegt, wenn es euch so ist, denke ich. Wir gehen hier los. Was? Ich habe gar nichts zu melden auf der Map. Alter. Das hast du dir jetzt die Wache ausgewickelt. Geil, jetzt glitschig er oder übelst du nach Grafik rum. Moin, moin, moin. Ey, wie lust das Spiel ist, ey. Ja, wie lang willst du dir noch nachladen, Junge? Ey, lass mich doch mal hier hoch. Wo hättest du das scheiß Muni-Kiste, ey. Ja, alter. Ja, hauptsache der Kunde rennt mir nachher, hast du ernst? Ich hoffe, dass du das Plänefliegel geschossen. Ja, alter. Ja, wie oft du mich unterbrichst, kriegst du Aggression, ey. Ja, Mensch, lass mich doch mal schießen, ey. Ey, Leute von heute her. Ey, Leute von heute her. Die, die mir geben, hier an der Ecke da, ey. Ja, mach noch mehr Turnt, verklein. Ja, mach noch mehr. Ja, mach noch mehr. Ja, mach noch mehr. Ja, gletscht mich hier noch mehr auf der Map um. Danke für nix, ey. Danke. Ja, danke. Ja, danke. Wie oft der Scheißhaut mich hier unterbricht, ey. Ja, du sollst das noch organisieren. Lass, Alter. Mensch, lass mich da jetzt mal nachladen, ey. So, ruhm Gott Dank, Alter. So, da haben wir ein haueres Blatt gemacht. Ja, ich habe eigentlich gedacht, es ist ein Vogel, aber war es doch nicht. Also, bis später.